so leute jetzt geht es weiter mit ja man sich ihrer korridor okay nichts besonderes nichts besonderes 350 so was für also ich würde sagen wir holen ihm mal mit ein jagdpande bisschen infanterie und das war es dann schon ich kann ja gar nichts mitnehmen aber zwei panzer sollte ich auf jeden fall dabei haben aber dann kann ich eigentlich aber auch gleich mit dem königstiger wo sind wir eigentlich nur mal so das ist der panda ist nicht ein königstiger gekriegt da ist er hier drin ist denn dieser tiger 2 was läuft denn hier ja den habe ich gekriegt ich suche den anderen tiger tiger p ist es panda oder habe ich mich da so verguckt ne ich bin sicher dass ich ein königstiger gekriegt habe der ist wohl das weg was zum geier ja erhalten das sehe ich auch so aber die frage ist wo ist der hp vb tiger ne das ist ein panzer 4 das ist kein tiger das ist ein panda dessen jagd ach da unten ist der ja dann meine fresse da kann ich den hier nicht mitnehmen doch den kann ich hier in dieser mission wo nicht mitnehmen ne da ist er so ok gut und dann noch eine infanterie für ja machen wir es mal auf die harte tour ich meine diese panda die sollten ja wirklich alles räumen also da dürfte jetzt eigentlich nichts passieren neuer auftrag wir müssen den munitions transport durch die stadt begleiten ja 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 wo werden wir gebraucht verstanden verstanden ja 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 ich denke das konnte ich jetzt alleine hier regeln oder ja 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 Also, das ist ja an Unfähigkeit teilweise nicht mehr zu überbieten. Gut. Lass uns mal gucken, was hier unten ist. Wirst du mir erzählen, dass du da nicht runterfahren kannst? Ja, wirst du mir erzählen. Okay, dann gucken wir, dass wir da anders dahin kommen. Mal gucken. Erwarte Ihre Befehle. Los, los, los. Wo werden wir gebraucht? Anforderungspunkte erhalten. Unser Geheimdienst meldet, dass eine der Straßen schlecht bewacht wird. Leider ist die Verwindung plötzlich ab, sodass es uns selbst überlassen bleibt, die richtige Straße zu finden. Ja, sicher. Als würdest du von da treffen. Beziehungsweise das überhaupt sehen. 60 Punkte habe ich bekommen. Soll das ein Witz sein? Verstärkung ist auf dem Weg. Verstärkung ist eingetroffen. Okay, dann kommen wir hier mit. Bestätigen. Sie haben es ja wieder gemacht. Ja. Alles bereit. Jawohl, Kommandant. Kommandant. Bereit für den Kampf. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ach, wieder diese... Los, los, los. Ich kann mir schon denken, wie das mit den Covers ist. Die fahren mal wieder, wie sie wollen, irgendwo lang. Ach. Wie laufen die Befehle? Ja, das wird wieder richtig nervig. Das sehe ich schon kommen. Neuer Auftrag. Die Verstärkung steht mit einer selbstfahlerfette Hummel bereit. Wir müssen nur den Weg im Süden freiräumen. Bereit wird gemacht. Sanität! Wir laufen die Befehle, Schäffig. Unser Infanterie-Trupp wurde vernichtet. Dann schieß doch, meine Frisse. Auftrag erfüllt. Die Straße im Süden ist frei und Verstärkung ist auf dem Weg. Befehl bestätigt. Infanterie-Trupp gekillt. Na, großartig. Wie lauten die Befehle? Also die Straße im Süden ist frei. Wo kriege ich denn jetzt meine Verstärkung? Hier unten? Ja, dann räumen wir vielleicht mal die Straße im Norden noch. Würde vielleicht auch nicht schaden, oder? Befehl bestätigt. Wir kriegen einen Panzer IV und... Oh, und eine Artel Reh. Okay, das ist nicht schlecht. Mach ich. Ich hätte zwar mal gerne mehr Anforderungspunkte, aber... Naja... Das ist Wunschdenken. Wie befehl bestätigt. Ach, das ist wirklich... Der kommt da wirklich nicht durch. Also unfassbar. Er warnt wird gemacht. Vielleicht den Punkt holen wir. Ist eine gute Frage. Alles bereit. Bestätigt. Befehl bestätigt. Ich sag jetzt nichts dazu, was der hier macht. Ich sag jetzt echt nichts dazu. Also das ist echt... Die Wegfindung, also... Mittlerweile sollte man das... Sollte das klappen. Egal. Kann doch nicht... So katastrophal schwer sein. Wo werden wir gebraucht? Was? Befehl bestätigt. Okay. Alles bereit. Kommandeur. Wir räumen erst mal das Gebäude hier. Wie lauten die Befehle? Sehr schön. Bereit? Jawohl, Kommandant. Sagen wir mal, bist du dumm? Befehl bestätigt. Melde mich zur Stelle. Mache ich. Bereit? Je, oh je. Befehl bestätigt. Hm. Jawohl, Herr Kommandant. Bereit für den Kampf. Bestätigt. Infanterie bereit. Es ist eigentlich egal, welcher Weg wir holen den. Ja gut, der hier ist der längste. Glaube ich. Der sieht mir so ein bisschen als... Hm, der kürzeste aus. Wenn die Konvoi jetzt auch von da hinten kommen, könnte der hier gerade durch. Das könnte man so... Vielleicht sogar ganz gut verteidigen. Diese Straße wird anscheinend gut bewacht. Zurück. Stell ich mir die Frage, wozu... Mach ihn doch Platz. Und von was? Als wenn ich im Kindergarten wäre. Hallo Spiel, kannst du mir mal bitte Verstärkung im Brie geben? Also, das kann doch nicht wahr sein, ey. Also, es ist doch... Ah, wir speichern mal lieber. Ich hätte das euch schon Feuer machen, bevor die Infanterie draufgegangen ist. Okay. Ohne sich weh am Panzer wäre hier schon alles vorbei. Ja. Mach ich. Wird gemacht. Ich muss mir überlegen, hier alles zu säubern. Ganz ehrlich, weil ich dieser Scheiße hier absolut keine Sekunde hier irgendwie traue. Mach ich. Unsere Kette ist abgesprochen. Wie lauten die Befehle, verstehe ich. Darf ich hier gleich jetzt mal hier wegfahren? Hallo, fahr doch mal. Ey, meine Fresse, ey. Was soll ich denn machen, ey? Wenn die Idioten nicht fahren? Das ist sowas von dumm gemacht. Ihr könnt uns nicht bewegen. Ach, mach keine Dinge. Ich würde jetzt mal gerne... Laden. Laden. Ey, so behindert. Ey, echt so behindert. So behindert. So behindert. Wie nehm ich denn jetzt das schon auf? Ja. Ja, ich mach jetzt hier auch einen Cut, Leute. Also, Leute, ihr habt's gesehen. Sau behindert. Sau behindert. Echt. Das sind starke Panzerverbände. Und dann will das Spiel mir erzählen. Ja, die können wir mal hier so einfach mal... Äh, so... Also, so hirnrissig kann man doch nicht... Äh, kann man doch nicht sein, oder? Also, das geht doch gar nicht. Also, ähm... Leute, Leute, Leute. Also, wirklich... Also, das ist wirklich mal wieder... Äh, da hat man nicht nachgedacht. So. Hier Anforderungspunkte. Was soll das? Ich brauch doch wenigstens Antwort, wo ich eine Infanterie rufen kann, oder sonstiges. Was hat man sich hier gedacht? Nichts. Null. Alter, da muss man doch mal das Gehirn mit einscheiden. Dass man sagt, okay, der Spieler macht das und das. Kommt hier nicht zum Tragen, halt auch. Also, ich muss leider sagen, gegen Ende wird dieses Spiel wirklich... Wirklich, äh... Da... Das ist für mich teilweise schon hingeklatscht. Ich sag es ganz klar. Halt auch. Ein Konvoi. Was soll denn die Scheiße mit Konvoi? Das ist Schwachsinn. Halt auch. Wenn man Konvoi macht, dann macht man es richtig. Ja? Nehmt euch ein Beispiel und sagt Strike. Vier. Das ist wirklich gut gemacht. Mit der Sicht und alles. Und mit den Schleichen und mit den Aktionen. Hat das hier keine Chance. Muss man ganz klar sagen. Ein Panzer... Ein Panzer kann doch nicht mal die Klappe aufbauen, dass man sagen kann, er kann jetzt weiter schauen oder so. Alles vergessen. Das ist halt auch. Alles vergessen. Das ist halt auch. Ja, es gibt so viele Updates. Wo sind die? Wo sind die Updates, wo das Spiel das spielenswert machen? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber ich finde sie nicht. Okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao.